Marcel, ich muss sagen, ich sehe wirklich Potenzial in der Sache. Ich denke, wir werden dich zu einem Prototyp hinkriegen. Du musst ein bisschen die Bewegung knippen. Deswegen sagt man, vom Ficken kommt der Bizeps. Gut zum Vorschein. Der normaler Tee aufgelegt, Alter. Die war doch schon im Sack. Was war die im Sack? Was für ein Sack, Alter? In welchem Sack war die? Sehr gut. Hör mal so. I won! Der nach der Fischer-Bahn. Hör auf, Alter. Marcel, was bist du für ein I won, Alter? Habe ich dir das so beigebracht? Nein, Mund auf. So, komm. Da kann richtig was rauskommen, das ist nicht schlimm. Rap-Revelucion 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 Rap-Revelucion